Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Montag, den 22.01.2024. Unser DAX hat sich ein bisschen kreisel gedreht am Freitag und zum Schluss dann doch wieder nach oben gezeigt. Das war so natürlich auch eine Idee gewesen. Wenn wir uns zurückerinnern an die Analyse. Vom Freitag hatte ich ja ein bisschen das Problem, dass es für mich auf Stundenebene so aussah, wie es würde erst nach oben stechen, 6.40 zu machen, vielleicht sogar die 700, 6.70 noch erreichen und dann nach unten wegdrehen. So war es hier abzusehen. Und im Tagesschart hat man aber gesagt, es sieht klar danach aus, wie es wird der Tagesschluss eben oben hingestellt und auch höher als am Donnerstag. Und das hatte für mich nicht so richtig auf den Freitag gepasst, weil die Freitag ja ganz gerne, wenn sie hochschließen, zuerst runterlaufen und dann nach oben. Am Ende hat er es aber trotzdem hingekriegt. Es ist an sich jetzt gar nicht so ein gravierend, schwieriges, komplexes gebildet geworden. Hat einfach nur nicht auf meinen Freitagsverlauf gepasst, aber am Ende hat er genau das gemacht, was er, was sich aus der Stundenebene und auch aus der Tagessbene ableiten lassen hat. Nämlich erst dieses Hochstechen, gelb zu, hier ein bisschen Richtung 6.70 ran stochern. Bisschen schade, dass er sie im Monat nicht getroffen hat. Das wäre wahrscheinlich für die meisten leichter zur Handhabung gewesen. Da werden bestimmt einige schon drauf gewartet haben, um da... Hey! Füllt her! Wo ist mein Bild? So kann ich nichts machen. Was jetzt? Wartet! Gibt es ja nicht hier! Gleich eine Tracht Prügel verpassen in dem Gerät hier. So, pass auf! Also, jetzt habe ich natürlich völlig mit dem Faden verloren. Wir hatten darüber gesprochen, 6.40. Genau, 700 wäre natürlich schöner gewesen. Der hätte der eine oder andere dann wahrscheinlich seinen Short, oder wenn er den Short hättet, oder Long besser rausgekriegt, Short besser reingekriegt. Soll aber egal sein. Runde zu. Hatten wir hier so ein bisschen so 5.50, 5.25 so in dem Drehraum erwartet. Oder hatten hier auch so eine Variante mit reingemalt. Warte mal, kann ich das hier kurz laufen lassen? Kann ich das mitschneiden lassen? Den Ton kann ich ausmachen. Ja, dass er so quasi hoch macht, hatten wir uns dann über die verschiedenen Möglichkeiten unterhalten, wie das aussehen könnte, wie wichtig es auch wäre, ob er da dreht oder gleich hier unten. Und ich finde schon, ich weiß gar nicht, was wir hier angepeilt hatten. Die 6.70 an der Linie, das ist jetzt 10 Punkte drunter. Also, das würde schon passen. Wenn wir das Bild jetzt aber nochmal auf unseren DAX jetzt hier raufziehen, wird es ihm sogar zustehen, am Mittwoch ein bisschen schwächer nochmal reinzukommen und das jetzt so auszudähen. Weil unsere Linie, die war ja eigentlich ein bisschen breiter gedacht. Die war ja eher von dem Kaliber, dass wir gesagt haben, so, na kommt, so, so, so. Ja, also in der Ausprägung hier weiter. Das finde ich jetzt ganz schön kurz, diese, diese kleine Stichterkehr, weil, das haben wir gestern schon gesagt oder am Freitag schon gesagt, die Bewegungen ja eigentlich immer so ein bisschen in Symmetrie stehen. Und wenn ich jetzt angucke, wie lang die aufwärts war, ist die, 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 der Rücklauf dafür eigentlich zu kurz. Also, wenn er jetzt durchzieht, wäre das noch eine Teilwelle, ähm, also dann wäre das bloß eine Teilwelle des Anstiegs, aber nicht so, wie ich das hier quasi vor Augen gehabt hatte. Das heißt, der muss dann, also der könnte sich dann durchaus anders oben raus verlaufen. Das wäre eigentlich wichtig, wenn er am Montag noch mal ein bisschen zurückkommt. Müsstest du gar nicht mal ein neues Tief machen. Einfach noch ein bisschen zurückkommen. Ähm, 5,50, vielleicht noch mal 5,40 und dann schon hoch. Das würde prima passen. Wäre ich dann hier aber auch für den Montag unüblich. Ja, also wir gucken mal, wie der reinkommt. Und vielleicht sticht er uns noch mal kurz hoch und macht noch mal das hoch vom, vom, vom Freitag hier ran. Dann dreht sich dann noch mal nach unten, 5,50 und zieht hinten raus nach oben. Würde hier, stand jetzt, wieder besser ins Bild passen und dann auch im Tagesschuss wieder einen höheren Tagesschuss, wie man am Freitag hatten. Das wäre eigentlich perfekt. Passt aber auch wieder nicht so richtig in den Montagszyklus rein. Ich würde es aber trotzdem so erstmal im Bild aktiviert lassen. Wir behalten im Hinterkopf die 700, ist und bleibt wichtig. Ja, als, als Trendlinie hier, als Verbindungslinie, kleine Durchschnitt und so weiter. Die ist oben locker noch erreichbar. Schiebt sich der DAX drüber, macht im Grunde auch Platz bis zur Channelkante frei. Das muss klar sein. Ja, also oberhalb von 700. Wenn unser DAX gut reinkommt am Montag, Amerikaner sind da auch gut drauf. Also, da spricht überhaupt nichts dagegen, dass er hier auch mal richtig durchwandern kann. Wieder Richtung 800, 820 und dann eben auch Richtung 900. Das ist Potenzial auf der Oberseite, ist definitiv vorhanden. Sehen wir den aber deutlicher Umkippen im Bereich von 700. Und gleich vom Start weg ist es eben noch mal interessant, hier in dem Bereich hinzugucken. 550 bis ich sag mal 500. Stabilisiert er sich aus der Zone wieder noch mal nach oben. Kann er noch mal anlaufen in Richtung 670, 700. Kritischer wird es erst, wenn er drunter geht. Ja, wenn er deutlich drunter geht, hier 490, 480 da, die eben bricht. Das können wir eigentlich so bestehen lassen, wie wir es am Freitag schon gesagt haben. Wenn er da deutlich wieder drunter geht, auch unter 480, würde das eher dafür sprechen, dass wir dann hier noch mal unten sogar auf ein neues Ziel hinlaufen. So, ich sag mal Richtung 260, wo das offene Gap noch wartet. Das ist ja auch so eine offene Stelle. Und von daher denke ich, haben wir für den Montag eigentlich schön klare Punkte. Man müsste vielleicht einfach den ein bisschen reinkommen lassen. Ja, dass man so die ersten Punkte sich erstmal mit anguckt. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie er drauf ist, wie er reinkommen will. Aber ich glaube, die Stationen, die sind recht eindeutig. Es könnte sein, dass er die schön annimmt und schön mitspielt. Und würde es daher eigentlich auch dabei schon bitte sein lassen wollen, der Analyse. Im Tagesschart sind wir jetzt hier ans mittlere Band gekommen, sind aber ganz klar innerhalb dieser Flagge hier unterwegs noch. Und von daher würde er das eigentlich bekräftigen, was ich gesagt habe. Also wenn er sich hier oben drüber etabliert, über 6700, hat er auch aus der Instanz hier locker Platz bis, ach guck mal, das ist hier 830 und Channelkante 900 dann. Also, ja, Punkt. Das ändert sich ab. Sind auf jeden Fall wieder im, ich sag mal, bullischen Korrekturmuster. Das ist so gesehen jetzt auch noch nicht nach unten gebrochen. Bleibt also alles unverändert in der Einschätzung, wie wir es bisher gesagt und gehandhabt haben. Und, ja, gucken wir mal. Vom mittleren Band her wegzutreten zum Start, würde ihm natürlich hier aus der Instanz auch schön stehen, ja. Das wäre dann, was ich gesagt habe, hier noch eine Bewegung runter. Und dann von hier unten nochmal schwungeln. Also, es würde ihm gut stehen. Es würde ihm wirklich gut stehen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie er reinkommt. Dann erste Minuten abwarten, dann sieht man das schon. Und dann hat man ja schönen Orientierungspunkt, an dem man sich noch lange halten kann. Ja, von daher, ich denke, ich kann euch damit alleine lassen. Wünsche euch viel Erfolg, Montag, gutes Gelingen. Und, ja, bis dann. Tschüss.